Hallo Jungs, das hier war gestern Abend, 20.30 Uhr. Da hat einer gemeint, leicht angesoffen, zu schnell in die Kurve gefahren. Dann hat das irgendwie keine Kraft und ist daheim bei uns. Das ist etwa 60 Meter weg von unserer Hütte in Prairie Kraust. Das ist etwa 60 Meter weg von unserer Hütte in Prairie Kraust. Das ist etwa 60 Meter weg von der Hütte in Prairie Kraust. Das ist etwa 60 Meter weg von der Hütte in Prairie Kraust. Da ist einer, ab hier sind wir es. Da ist er reingefahren. Die Schneise der Verwüstung. Der liegt hier, dass er da nicht gegen Banden hält ist. W outcome gedehung von der Hütte in Prairie Kraust. Das ist etwa 20 Meter weg von der Hütte. Untertitelung des ZDF, 2020